Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin Zdebio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einem neuen OMSI-Video hier auf diesem Kanal mit dem Busbetriebssimulator DEC, denn dieser hat nämlich heute sein großes Update bekommen. 2,2 GB groß ist das Ganze und beinhaltet natürlich ein absolut komplett überarbeitetes neues Firmengelände. Also so wie wir das jetzt bis vor ein paar Tagen hatten, zum Release hatten, so sieht es nicht mehr aus. Und wie es aussieht, das zeige ich euch. So sieht es jetzt nämlich aus. Also dieser große Kasten, der da mitten auf so einem Platz stand, der ist verschwunden. Und jetzt sehen wir hier doch eine süße kleine Firmzentrale. So sieht das Ganze nämlich aus. Mit dem neuen DEC, also mit dem neuen Update vom DEC, ist natürlich die Leitstelle mit dazu gekommen. Diese können wir allerdings heute noch nicht betreten, denn die ist erst für Vorbestelle ab morgen, den 13. freigeschaltet. Und da können wir dann auch in den Raum reintreten. Aber wir können so durchs Fensterlinsen so ein bisschen und können uns das mal anschauen, wie das aussieht. Aber so an sich, was sie so gemacht haben hier aus dem Betriebsgelände, das werden wir uns heute mal in dieser Folge anschauen. Neu zum Beispiel oben rechts in der Ecke jetzt die Uhr, die jetzt wirklich jetzt mitläuft. Und ja, so soll auch die Sonne sich bewegen halt. Was ich auch gesehen habe, ist, dass die Wolken sich hier bewegen. Das sieht man jetzt natürlich im Licht jetzt sehr, sehr schlecht. Also die Wolken, die ziehen halt wirklich weiter. Das ist richtig schick gemacht. Also das muss man mal lassen. Ja, sonst hat man natürlich neben der optischen Anpassung noch viele, viele Bugfixes behoben, die ja natürlich in dem Busbetriebssimulator dabei waren. Unter anderem zum Beispiel, ja, dieser nervige Bug mit dem Stuhl. Der ist weg. Ich weiß noch mal, wie sie es gemacht haben. Sie haben einfach die komplette Animation weggenommen und somit wird das Ganze gecuttet. Und da kann man dann auch dementsprechend nicht mehr feststecken. Zudem haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir uns nicht nur hinsetzen können, sondern wir können auch stehend an dem Computer gehen. Das werden wir uns jetzt gleich mal angucken. Hier haben wir jetzt erstmal unsere Werkstatt. Und wir sehen auch schon, ja, steht jetzt so unten, richtig schön da, Tür schließen, Tür öffnen. Hier in der Werkstatt hat sich eigentlich nichts verändert soweit. Wir sind hier gerade auf dem ÖPNV-Sumulationsgelände. Und ihr seht schon, also zwei Busse sind einfach mal wieder schön kaputt, ja. Also das ist ein bisschen schade. Muss repariert werden. Und hier hinten haben wir dann natürlich unsere Fahrzeughalle. Unser einziges Fahrzeugdepot, was wir hier haben. So viele Busse haben wir noch nicht. Und ja, so sieht das Ganze aus. Es sind wohl neue Modelle mit dazu gekommen. Also wie ich es jetzt verstanden habe, man kann diese auch irgendwie jetzt umändern, dass das Ganze jetzt dem Bus dementsprechend jetzt auch aussieht. Also hier seht ihr eine Solaris, MAN. Wir haben jetzt hier den O405. Und ja, also hier hat sich jetzt nichts groß verändert. Also das ist weiterhin alles, ich sag mal, alter Bestandteil. Die Performance, die ist deutlich besser geworden. Das ist mir aufgefallen. Und zwar lädt es deutlich, deutlich schneller als vorher. Also wenn wir das erste Mal so ins Firmengelände reingehen, ja, dann lädt das auch schon ratzfatz. So, und so sieht hier, wie gesagt, das neue Gebäude aus. Vom Busbetriebssimulator. Und ja, da hat sich einiges verändert. Ihr hört auch, ne, also es sind jetzt Fußstipps, Geräusche mit dabei. Das haben sie jetzt auch irgendwie gefixt. Ich habe da vorher nie drauf geachtet. Ja, wenn wir jetzt hier reingehen, sehen wir, ne, es ist jetzt alles deutlich anders. Also wir sind ja rein, da hattest du ja unten, hattest du ja die erste Bushalle. Ja, dann bist du ja die Treppen hoch und dann warst du ja schon hier. Und das ist jetzt hier komplett umgesetzt. Also man hat das eigentlich weggenommen. Was jetzt zum Beispiel auch noch neu ist, sind hier oben diese Werbeplakate. Die kann man wohl auch selbst irgendwie jetzt so bestücken, dass man da zum Beispiel die Firmenlogos dann drauf sieht und sowas. Gibt es, glaube ich, ganze zwei an der Zahl, wenn mich jetzt nicht täuscht. Und es kommt immer ein weiteres dazu, wenn da zum Beispiel eine neue Halle zum Beispiel dazukommt. Also ihr seht, auf jede der Hallen befindet sich immer so ein Werbeplakat-Ständer, dass ihr euch da dementsprechend eure Firmenlogo da drauf kopieren könnt. Hier haben wir jetzt das schwarze Brett. Das war ja vorher halt immer in dem Hauptraum gewesen, wo wir ja waren. Auch können wir hier natürlich wieder mit dem Lichtshalter spielen. So, hier haben wir die Küche. Also, ja, das ist die Küche, Leute. Und ja, der Fasers hat mich ja nicht abgewaschen. Und wir können eigentlich hier in der Küche, glaube ich, gar nichts machen. Also, ich meine, es ist nett, dass man sich hier frei bewegen kann. Ich glaube, kann man sich hinsetzen? Ja, man kann sich tatsächlich hinsetzen. Und ihr seht, die Animationen sind halt etwa weg, wie er sich zum Beispiel hinsetzt. Und dementsprechend wird wahrscheinlich auch dadurch der Fehler weg sein. So, was haben wir hier? Hier haben wir die ersten Computer. Hier ist zum Beispiel das, was ich meine. Man kann jetzt hier wohl stehend am Computer als auch sitzend. Wenn wir uns jetzt hier einfach mal hinsetzen, sagen wir jetzt, wir wollen jetzt hier am Computer. Seht ihr, die komplette Animation wird komplett einfach gecuttet. Und wahrscheinlich war da auch das Problem gewesen, dass es dementsprechend festhing. So, ja, reichlich. Und hier haben wir auch nochmal ein Brett, was aber keine Funktion hat. Hier wäre wahrscheinlich das schwarze Brett besser aufgehoben. Hier haben wir den Schichtplan, wo wir natürlich hier Touren und sowas nehmen können. Ja, spontane Fahrten. Oder natürlich hier Vertretungstouren, Bonustouren. Ja, also das war ja auch in dem Hauptraum. Das war ja damals ja neben dem schwarzen Brett gewesen. Ist jetzt hierher verschwunden. Ja, und sonst haben wir hier auch wieder eine Möglichkeit, uns wieder hinzusetzen. Sonst haben wir hier die Toilette noch. Hier hat sich nichts verändert. Mal gucken, ob hier immer noch der Laptop steht. Man kann leider nicht drüber gucken. Hm. Ähm. Hier stand nämlich damals ein Computer nämlich auf der Toilette. Ne, den haben sie weggenommen. Schade. Das war schon irgendwie witzig. Ja, ähm. Sonst, ähm. Haben wir hier einen Getränkeautomat, dass die Leute hier wieder mit den Dosen schmeißen können, wie sie wieder lustig sind. So. Gehen wir mal die Etage höher. Hier ist es schon ziemlich cool. Haben wir jetzt praktisch so einen Durchgang, jetzt so von Gebäude A, Gebäude B. Ja, dass wir hier praktisch so durchlaufen können. Und, äh. Natürlich exzellente Szene-Gesetzzeiten, ne. Also. Ja, hier haben wir dann das Chefbüro. Also, wo dann so meine Wenigkeit sitzt, Fasos und Co. Hier auch wieder, eigentlich sind die Räume relativ leer, außer dass wir uns hinsetzen können. Chefbüro hat dann hier halt seine Computer und sowas, ja. Und das war es halt gewesen. Ich finde das klasse, wie das funkelt. Seht ihr das? Ja, also das ist blitzblank geputzt hier. Das haben die Praktikanten gut gemacht. Ähm. Also hier glitzert und glänzt alles. Hier kommen wir raus jetzt auf die Dachterrasse. Das ist, das ist schon ein cooles Highlight. Jetzt könnte man zum Beispiel, ähm, so, so saisonmäßig halt immer so, solche kleinen Gimmicks jetzt hier einbauen, so per Update. Sodass jetzt hier zum Beispiel einfach ein Tannenbaum steht. Und im Winter, äh, im Sommer steht hier ein Grill oder sowas. So, so, ne, so, 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 so eine Kleinsache. Dass man, äh, was da irgendwie noch machen könnte. Ich höre da jemand. Ähm, sonst, ähm, ja, die Raucherecke hier, ja. Und, ähm, ja, das ist schon, hat zwar keinen hohen Stellenwert hier, aber das sieht schon ziemlich cool aus. Wie gesagt, wir können jetzt hier einmal komplett hier so, so rüber gucken. Das ist schon eine coole Sache. Aber wenn ich jetzt hier so jemanden rumlaufen höre, denke ich immer hier, äh, so, so Slenderman, so, weißt du? So, genau. Also hier haben wir, wie gesagt, unser Chefbüro. Ja, die Performance, die zählt manchmal. Tagsüber läuft, sobald Licht an ist, äh, ja. So, hier haben wir die Leitstelle. Also hier ist das Gebäude der Leitstelle. Wie gesagt, ihr seht, Zutritt 0 für Leitstellenleiter. Ja, da kommen wir allerdings noch nicht rein. Äh, ich hab's schon probiert. Mussten ja eine Seriennummer eintippen und alles sowas. Ist auch alles akzeptiert worden. Ähm, äh, ich weiß auch schon, dass morgen schon die erste Leitstellenfahrt beginnt. Ja, aber man konnte sich jetzt halt nicht dafür anmelden. Deswegen wollen wir morgen mal gucken, dass wir mal so eine private Leitstellenfahrt einfach mal machen. Ähm, da können irgendwie bis zu acht Leute, glaube ich, waren das? Oder waren es mehr? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ähm, kann man die Leute einladen für die Leitstellenfahrt, die dann da mitfahren wollen. Und, äh, dann kann man das Ganze koordinieren. Ich bin mal gespannt. Deswegen, wir werden morgen definitiv abends einen Livestream dazu machen. Das wird so 20, 30 beginnen. Zusammen mit dem Phasus. Der Phasus, ähm, der ist halt noch unterwegs. Das Problem ist, meine Wenigkeit kann auch nicht so lange, weil ich am Samstag noch arbeiten muss. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall uns die Leitstelle mal angucken. Wie gesagt, das ist dann schön im Livestream. Hier sehen wir, ich finde dieses Logo, das ist verdammt hübsch geworden, ja, von dem Leitstellen-Simulator. Also hier oben seht ihr zum Beispiel, hier spielt sich dann eigentlich alles ab. Denn das ist eigentlich das große Neue, was ja in den Leitstellen-Simulator neu dazugekommen ist. Guck mal, die Phasus hier wieder. Lässt er hier einfach sein Hemd hier rumliegen, ja. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich glaube, ich muss echt mal in ernstem Wort mal mit den Phasus reden. Ein Klemmbrett hier. Und sonst haben wir hier natürlich wieder haufenweise PCs und hast du alles nicht gesehen. Einen kleinen Wunsch hätte ich vielleicht noch, ja. Also wenn irgendwann mal PDP-Software mal auf dieses Video hier stößt oder sowas, ja. Und so Ideen sammelt, Ideen sucht. Ich finde, diese Bilder, ja. Also es sind ja schicke Bilder, aber die haben einfach, ich weiß nicht, ob ich mir sowas jetzt in meine Firma hängen würde, wenn man diese Bilder tatsächlich austauschen könnte. Ja, wenn man hier zum Beispiel sagen könnte, okay, hier machen wir das Bild, hier machen wir das Bild. Funktioniert bei anderen Spielen auch. Ich denke mal, hier handelt sich es einfach um ein Bild. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie das mit der Unreal Engine funktioniert, aber sowas so als kleine Idee. Ich meine, was interessiert mich da um diese Turmuhr? Zumal dieses Bild extremst unscharf ist, ja. Also weiß ich nicht. Also da wäre auf jeden Fall cool, wenn man da irgendwie noch die Funktion hätte, dass man hier dementsprechend die Bilder austauschen könnte. Ich würde mir hier nur irgendwelche Busbilder oder sowas nicht. Weißt du, sowas, was halt zum Thema halt passt, ne. Also das wäre halt. Ich meine, ich finde auch diesen Top hier ziemlich geil hier. Naja, also, naja. Sonst, ähm, ja, hat sich an sich in der, also in der Firma halt jetzt nicht wirklich groß was verändert. Mit Vogelhäusern können wir auch nichts machen. Hätte ja sein können. Ähm, aber ihr seht, ne, das ist auf jeden Fall so dieser kleine Rundgang. Wie gesagt, ich verstehe nicht ganz, warum das da ist und das da ist. Ich würde das doch halt, also wie gesagt, das mit dem schwarzen Brett kompakt halt mit dem anderen machen, so wie es davor halt war. Ähm, weil hier hängt das schwarze Brett einfach total so ein bisschen Fehl am Platz, so, ne. Das sind wichtige Informationen, die hier dran stehen, ja. Ich meine, wenn man es dann einfach, wenn man es da ran macht, ist ja schön und gut, kann man ja machen, ne. Aber man kann es doch dann auch einfach notfalls, ähm, nochmal hier ran hängen, so, ne. Das wäre doch eigentlich, äh, gar nicht so verkehrt, wenn das hier auch nochmal so, 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 so dran hängt. Ja, ich weiß nicht, warum hier die Performance jetzt gerade so ein bisschen hier, das meine ich, die Bilder mit den Baumstimmen. Und zumal das dann fünfmal ist. Also hier auf jeden Fall, dass man das Ganze hier dementsprechend halt, äh, nochmal so ein bisschen anpassen könnte. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Sonst muss man sagen, Texturen, die sind extrem scharf, wie das alles glänzt, das ist abartig. Ähm, das sieht super aus. Wir haben sonst hier noch, ähm, die, die Möglichkeit hier noch ein bisschen was einzustellen, so, äh, von der Grafik. Ihr seht, es hat sich auch ein bisschen was verändert hier, ne. Wir sehen hier, ähm, Auflösungsskalierung, Auflösung, ähm, das ist das Ganze jetzt, äh, Window. So, hier haben wir nochmal die Steuerung, dass wir das Ganze hier nochmal ein bisschen anpassen können. Ich wusste gar nicht, was das in Wallshed gibt. Ähm, zudem gibt es natürlich auch noch ein Update für die App. Die App, die ist allerdings noch nicht geupdate. Ich habe mir jetzt extra hier die App jetzt immer runtergeladen fürs Tablet, weil dort gibt es nämlich auch einen Code, den man dann halt, äh, dort verbinden kann. Und, ähm, ja, das gibt noch keine Möglichkeit dementsprechend das halt, äh, einzustellen, dass das Ganze dann dementsprechend halt funktioniert. Deswegen müssen wir da nochmal ein bisschen abwarten. Aber, soweit habt ihr jetzt hier auch die Möglichkeit, äh, das Ganze hier einzustellen. Also, es geht sogar hier, ne, ihr seht's, also Maximalauflösung. Und, ähm, ja, sonst gibt's hier, wie gesagt, an, anhand hier der Vegetation könnte man hier noch ein bisschen was verändern. Und so weiter und so fort. Und das ist halt alles während des Spielens. Ja, das ist eigentlich so dieses große Ganze, was auf jeden Fall hier, dieses Bild hier, ja, schön. Das sieht wirklich schön aus, aber es ist halt nicht wirklich von, von großer Bedeutung. Ja, also wie gesagt, das ist das große neue Update hier vom Busbetriebssimulator. Mal gucken. Wie gesagt, morgen Abend, wenn alles gut geht, werden wir hier dementsprechend die Leitstellenfahrt mal machen. Wir werden das auf jeden Fall uns mal anschauen. Wir werden es antesten. Und, ähm, bin mal gespannt. Freiwillige natürlich vor, die hier jetzt hier gerne mitfahren wollen. Ähm, dann freuen wir uns dann natürlich drüber. Morgen Abend, wie gesagt, ab 20.30, denke ich mal, geht das Ganze los. Und, äh, ja, dementsprechend streamen wir dann mal, wie wir die Leitstelle denn halt so ein bisschen machen. Äh, das wäre mal das erste Mal auch mal so in der Regel, weil sonst sind wir selbst halt immer gefahren und haben die anderen nochmal machen lassen. Aber jetzt haben wir ja eine richtige Oberfläche, wo wir das Ganze dementsprechend auch so ein bisschen zeigen können, ob es halt spannend genug ist und, äh, was man so machen kann, wie das mit den ganzen Schwarzfahrern da funktioniert und, ähm, wie zum Beispiel, äh, spektakulär das ist, wenn da zum Beispiel Personenunfälle sind oder sowas. Oder was lässt sich da, das, äh, ja, was lässt sich der Busbetriebssimulator da halt noch einfallen? Gibt es da so bestimmte Events jetzt, dass das jetzt jetzt passiert und du musst jetzt eingreifen? Also alles das, wie gesagt, werden wir dann halt spätestens morgen Abend denn hoffentlich hier erfahren, denn wenn es denn mal mit einem Livestream hier rund geht. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Das war eigentlich dieser kleine Rundgang hier um das neue Busbetriebssimulator-Gelände. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr könnt das Ganze natürlich hier kaufen, ja, über den Link unten in der Videobeschreibung kommt ihr zu einem Revlink, ja, da könnt ihr das Ganze dementsprechend, ähm, ja, mit ein paar Prozent an uns denn abdrücken. Das ist eine super feine Sache, freuen wir uns sehr drüber. Und noch an zweiter Stelle gebe ich ein großes, großes Dankeschön nochmal an PDP-Software hier raus. Auch wenn das Ganze jetzt hier nichts mit aktuell dem Angebot jetzt hier zu tun hat und so, ähm, hat uns PDP-Software ein paar Keys zukommen lassen für den Leitstandsimulator. An der Stelle ein großes, großes Dankeschön. Ähm, wissen wir sehr, sehr, sehr zu schätzen und ihr solltet morgen auf jeden Fall dabei sein, wenn, ja, ne, ihr solltet auf jeden Fall dabei sein, wenn ihr möchtet. Würden wir uns sehr drüber freuen. Gibt was dazu. Gut, ich verabschiede mich jetzt, sonst verplapper ich mich, sonst laber ich hier einfach zu viel. Bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart und, äh, würde mich natürlich über einen Like freuen, einen Däumchen, schreibt in die Kommentare, was ihr jetzt von dem neuen Update haltet. Und sonst sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Part zu Omsi hier wieder auf diesem Kanal. Ich verabschiede mich hier. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.